Tut mir leid, ich kann kein Foto machen, weil der Akku ist leer. Ich verliere das Gleichgewicht. So ein voll Idiot. Komm, mach ein Foto. Mach ein Foto von mir. Jetzt, das ist die perfekte Gelegenheit. Ich bin in perfekter Position. Komm, mach ein Foto, bitte. Bitte. Wo geht er denn hin? Ich gehe jetzt, das ist mir zu doof. Bleib hier. Hoffentlich explodiert der Scheinwerfer jetzt nicht, weil er überhitzt wurde. Ich gehe jetzt nicht, weil er nicht mehr ist. Ich gehe jetzt nicht mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020